Und wenn dein Dutch Oven mal so aussieht und da was eingebrannt ist, wie du den wieder sauber kriegst, das zeigen wir dir nach dem Intro. Okay, fertig, hör mal auf. Zeigen wir dir. Ups, vergessen. Nach dem Intro und dann einfach 10 Minuten schwarz. Also, wie gesagt, wenn dein Dutch Oven so aussieht, dann tust du den einfach weg und tust einen neuen her. So einfach ist das. Also, wenn dein Dutch Oven mal so aussieht, dann hast du natürlich ein kleines mittelschweres Problem. Aber du kannst es natürlich super selber einfach sauber machen. Und zwar haben wir jetzt hier wirklich Kartoffeln anbacken lassen, heute Mittag hier im Dutch Oven. Und guck, da hast du jetzt so richtig den Ranz drin und da ist alles angebakten. Angebacken. Und das wollen wir einfach rauskriegen. Und zwar fangen wir jetzt hier einmal an. Du nimmst dir einfach irgendwie einen Holzlöffel, also auf jeden Fall keine metallischen spitzen Gegenstände, weil sonst machst du den Dutch Oven und die Partina kaputt. Das wollen wir natürlich nicht. Also nimmst du jetzt hier einen Holzlöffel und kratzt erstmal alles so weit raus, wie es irgendwie geht. So, guck, da geht es eigentlich schon ganz gut. Wunderbar. Und das tun wir erstmal alles raus. Und jetzt müssen wir den Dutch Oven natürlich noch richtig sauber machen. Wie machen wir den richtig sauber? Auf jeden Fall ohne Spielmittel und nur mit klarem Wasser. Deswegen steht jetzt hier eine Wanne mit Wasser. Da tunken wir den erstmal richtig schön ein. Lassen wir den kurz mal ein bisschen anwässern. Und dann nimmst du dir einfach einen normalen, haushaltsüblichen Schwamm. Und mit diesem Schwamm kannst du den Dutch Oven im Prinzip erstmal grundreinigen. Also da gehst du jetzt einfach rein und versuchst mal ein bisschen zum Reinigen. Geht so semi gut. An manchen Stellen geht es gut. Da nicht so richtig. Wenn es nicht so richtig funktioniert, dann kannst du hier super wunderbar so diesen Ringreiniger nehmen. Den gibt es für relativ wenig Geld zu kaufen. Ist aus Edelstahl. Greift auch die Partina und den Dutch Oven nicht an. Und damit kannst du richtig gut rumrubbeln im Dutch Oven. Und damit kriegst du alles richtig schön wunderbar sauber. Und wenn du die festen Bestandteile alle raus hast, nimmst du nochmal deinen Schwamm und gehst nochmal richtig schön drüber über den Dutch Oven. Jetzt gießen wir den einmal aus. Guck mal, da kommt der ganze Ranz raus. Und denke ich, so soll den Dutch Oven nach der Reinigung grundsätzlich aussehen. Was aber tun, wenn wir einfach noch mehr stärkere Verkrustungen haben, die so richtig fest angebacken sind, weil du es einfach verpennt hast, die Unterhitze wegzunehmen. Da war richtig viel. Dann hast du ein, zwei Bier mehr getrunken und festgestellt, Mist, mein Schichtfleisch ist richtig angebacken. Da hilft nur eins. Du musst auf jeden Fall das Ganze ein bisschen einwirken lassen. Du kannst es natürlich mit Wasser einfach einweichen lassen. Aber als richtig gute Hilfe dazu nimmst du dir einfach ganz stinknormal. Backpulver. Also Wasser quasi im Dutch Oven rein, eine Packung Backpulver oben mit dazu. Und dann fängt es nämlich gleich schon an, so richtig zum Arbeiten. Das Ganze haben wir jetzt hier schon mal vorbereitet. Also jetzt haben wir hier den Deckel von dem Dutch Oven genauso anbacken lassen. Und den habe ich dann gleich mit ein bisschen Wasser und Backpulver einweichen lassen. Das stand jetzt hier, ich glaube, drei Stunden ungefähr. Reicht auf jeden Fall aus für richtig hartnäckige Verschmutzungen. Und den stelle ich jetzt mal rüber. Und dann wirst du sehen, jetzt nehme ich nur den ganz normalen Schwamm und nichts anderes. Also da ist kein chemisches Mittel drin oder sonst irgendwas, sondern nur Wasser und Backpulver. Und wenn ich da jetzt einmal rübergehe, schau dir das mal an. Guck, das geht super, super gut weg. Und da musst du nicht mal wirklich mit einem Ringreiniger ran oder so. Und Backpulver greift auch nicht die Patina an. Also wer so einen Quatsch erzählt, der gehört gesteinigt. Da passiert überhaupt gar nichts. Funktioniert super gut. Und einfach Backpulver und ein bisschen Wasser. Den spüren wir jetzt hier in unseren Wasserbehälter nochmal richtig schön aus. Und guck, wie schön das dann wieder aussehen kann. Und so sollte auf jeden Fall der Deckel oder dein Dutch Oven auf jeden Fall aussehen nach der Reinigung. Und dann kriegst du wirklich alles wunderbar sauber. Also, nimm keine aggressiven Reiniger, nimm keine Spülmittel, nimm keine chemischen Reiniger oder sonst irgendwas. Einfach nur Wasser ein bisschen einwirken lassen. Und wenn die Verschmutzungen richtig grob und hartnäckig sind, dann nimmst du einfach noch ein bisschen Backpulver dazu. Und dann halt ein haus als üblichen Schwamm. Und wenn es ein bisschen härter sein muss, wie beim Ritter, sein Hemd. Gut, also so ein Ringreiniger, ganz tolle Anschaffung, kostet nicht viel Geld, was weiß ich, keine Ahnung. Wir verlinken es euch auf jeden Fall unter dem Video nochmal. Und dann kriegst du jeden Dutch Oven wieder richtig sauber. Wenn du dann deinen Dutch Oven fertig ausgewaschen hast, müssen wir den natürlich nur trocknen. Das ist ganz wichtig, weil wenn der nicht getrocknet wird, dann wird er auf jeden Fall rostig. Und das will natürlich kein Mensch, weil dann hat sich die ganze Reinigung sonst überhaupt nicht gelohnt. Also nimmst du jetzt hier einfach so ein Küchentuch, reibst den mit dem Küchentuch trocken. Du kannst natürlich auch ein ganz normales Handtuch nehmen aus der Küche. Ich glaube aber, da hat dein Partner auf jeden Fall was dagegen. Weil es könnte sein, dass es einfach ein bisschen schwarz wird. Das sieht man richtig gut am Küchentuch. Deswegen nimm auf jeden Fall einfach ein Haushalt über dich Küchentuch und mach den überall richtig trocken. Das machst du beim Deckel und beim Dopf auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wie man so einen Dutch Oven wieder richtig sauber macht. Überhaupt gar kein Hexenwerk, geht relativ schnell und relativ einfach. Und vielleicht schaust du ja auch in unserer Playlist Dutch Oven für Einsteiger, wo alles nochmal explizit mit einzelnen Videos erklärt ist. Wie man so einen Dopf natürlich dann auch pflegt, weil das kommt nach der Reinigung. Das erzählen wir dir auf jeden Fall in einem extra Video. Falls es in dieser Playlist schon drin steht, dann guck auf jeden Fall vorbei. Falls nicht, schau demnächst nochmal vorbei, dann ist es auf jeden Fall mit drin. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du schaltest es das nächste Mal wieder ein. Am Donnerstag um 18 Uhr oder am Sonntag um 11 Uhr, wenn es ein richtig geiles Rezept unter anderem auch mal wieder kommt von uns. Und wir bedanken uns für's Zuschauen und wir sind raus!